Moin Leute, heute habe ich euch ein unglaublich geiles Color Correction Paket und ihr es installieren könnt und ihr es anwenden könnt, das zeige ich euch jetzt. Dafür braucht ihr einfach nur mein Google Drive und euren Clip. Dann geht ihr in DaVinci Resolve rein, macht ihr einen Rechtsklick, klickt dann auf Import Project. Dann wählt ihr die DRP Datei aus und öffnet sie. Dann geht ihr mit einem Doppelklick rein, das dauert einen kleinen Moment. Wenn drinnen seid, geht ihr in die Edit Page. Dann müsst ihr hier unter View Show Power Bins hier den Haken anhaben. Dann könnt ihr einfach nur diesen Ordner hier in die Power Bins rein tun. Dann ist er hier drinnen und nachher könnt ihr ihn überall in jedem Projekt usen. Danach geht ihr hier in den Ordner und wählt euch einen Clip aus. Hier könnt ihr einen Clip auswählen und ihn einfach reinziehen. Und dann könnt ihr einfach die hier rüberlegen, wie zum Beispiel den Look hier. Und schon habt ihr eine nice Color Correction. Es gibt richtig viele Farben und mehrere Looks und die sehen meiner Meinung nach richtig nice aus.